ja hallo zusammen ich begrüße euch wieder zu einer neuen folge von open tx oder htx weekly oder man könnte schon fast auch sagen von express lrs weekly ihr seht das ja hier an dem eingangsbild dass da nicht nur die radio master liegt sondern auch ein express lrs empfänger der radio master er 8 hier also es geht jetzt wieder um hauptsächlich express lrs eigentlich wollte ich eine ganz andere folge machen aber es war so dass in der zwischenzeit wieder ein paar nachfragen kamen weil jetzt doch einige leute anfangen sich mit express lrs zu beschäftigen und ja ich habe jetzt wieder ein stück papier hergekriegt ihr ahnt es schon es gibt wieder ein paar grundsätzliche erläuterungen und ich finde immer das macht man hemmsärmlich ganz einfach am besten mit einem stück papier irgendwelche vorgefertigten bildchen oder powerpoint präsentation noch schlimmer das hat manchmal nicht denselben effekt natürlich kann man sich auch die dokumentation von express lrs durchlesen das ist alles wunderbar dokumentiert aber manchmal ist es instruktiver man bekommt es nochmal erklärt mit einfach anderen worten und zwar stein des anstoßes oder besser gesagt der verwirrung war die möglichkeit empfänger zu binden an ein sendemodul die meisten sind das ja gewohnt von den traditionellen rc links sage ich jetzt mal oder rc transport mechanismen wie af hds hot oder acc st da muss man so eine bindeprozedur ausführen und der empfänger und das sendemodul werden dann gewissermaßen miteinander verheiratet bei express lrs ist das ein klein bisschen anders ein klein bisschen flexibler und deswegen vielleicht auch etwas verwirrender ich habe ja schon mal ganz am anfang in einer der folgen über express lrs darüber gesprochen was es mit dieser sogenannten binding phrase auf sich hat oftmals liest man oder man hört dass das sozusagen ein passwort sei womit man zugang zum empfänger oder zum sendemodul bekommt so ist es aber eigentlich nicht gemeint auch wenn der technische name den die express lrs entwickler dafür benutzt haben nun binding phrase heißt es heißt ja auch nicht passphrase sondern einfach nur binding phrase also praktisch ein ein satz oder ein begriff zum binden der wie ich das mal ganz gerne erkläre ist dass man mit dieser angabe sozusagen die welt seiner eigenen geräte von der welt der anderen geräte von anderen modellbauern abgrenzt also wenn wir einfach mal so eine wolke hier hin malen und da drin haben wir unseren receiver nummer eins und wir haben den receiver nummer zwei und wir haben meinetwegen ein sendemodul nummer eins in ja wie soll es zeichnen in dem sender hier und wir haben vielleicht noch ein anderes sendemodul nummer zwei in einem anderen sender und noch mehr geräte und diese geräte das sind eure geräte die gehören also zu eurem königreich oder zu ihrem reich oder wie man in englisch manchmal dann auch dazu sagt zu dem raum und das ist euer königreich da sind eure geräte drin und die anderen modellbauer die haben natürlich auch ihre geräte die liegen aber außerhalb davon weil die höchstwahrscheinlich eine ja das ist ein bisschen hoch schieben so kann man es besser sehen hoffentlich oder höchstwahrscheinlich eine andere binding phrase haben also hier grenzt ihr mit dieser binding phrase grenzt ihr euer königreich gegenüber den anderen fürstentümern der modellbau kollegen irgendwie ab das bedeutet grundsätzlich erstmal dass jedes modul jedes sendemodul mit jedem empfänger reden kann wenn es in diesem königreich drin ist ich habe jetzt hier natürlich ein bild gemalt wo wir zum beispiel auch zwei empfänger an einem sendemodul hätten oder kommunizieren lassen würden das geht nur unter bestimmten umständen da mache ich auch noch mal eine folge dazu wie bindet man mehrere empfänger an ein sendemodul das ist aber heute nicht unser thema sondern unser thema heute ist die der zweite begriff der bei dem binden immer so umher geistert und das ist model match model match das ist damit mit dem begriff ist erstmal nur gemeint eine technik wie man aus diesen aus dem königreich aus eurem königreich noch einmal mehrere geräte sozusagen herausfischt oder noch mal untergliedert also wenn ihr diesen empfänger als was besonderes betrachtet naja ist vielleicht falsch gesagt nicht als etwas besonderes aber dieser empfänger hat jetzt ist in einem modell was eine besondere konfiguration benötigt also nehmen wir mal das beispiel der andere empfänger ist in einer drohne und dies ist eine in einem flächenmodell dann kann man sich natürlich vorstellen dass diese beiden empfänger so erstmal nicht austauschbar sind weil an ihren ausgängen grundsätzlich unterschiedliche servos mit unterschiedlichen funktionen angeschlossen sind also was man haben möchte ist dass man diese empfänger sozusagen noch unterscheidbar macht so dass da keine missgeschicke passieren das ist das wichtige eigentlich da dran ja ok und deswegen kann man diesen empfängern eine nummer einen identifikator eine id geben ja und diese id die kann aus dem bereich von 0 bis 63 gehen also in eurem königreich habt ihr die möglichkeit 64 unterschiedliche ids zu vergeben und damit das ganze ein bisschen zu strukturieren man muss das nicht tun man kann es aber tun und in der dokumentation für elrs da gibt es auch unter dem stichwort model matching so eine tabelle was passiert wenn man ja verschiedene konfigurationen hier einstellt die einfachste variante ist dass man dieses model matching sowohl bei dem empfänger als auch bei dem dazugehörigen sende modul ausschaltet dann kommunizieren diese beiden hier wunderbar miteinander wenn man jetzt aber anfängt die das model matching einzuschalten dann funktioniert das nur wenn auf beiden seiten dieselbe id eingetragen ist es herrscht so ein bisschen babylonische sprachverwirrung mit dieser id manchmal wird sie als model match id bezeichnet oder als receiver id das ist im grunde genommen alles dasselbe das was man sich merken muss ist dass die id die man dann in dem sende modul einträgt dieselbe sein muss wie man dann auch vorher schon bei dem empfänger eingetragen hat also wenn wir hier die id 42 nehmen dann muss die auf beiden geräten eingetragen sein dann funktioniert die verbindung und oder man sollte besser sagen dann funktioniert es auch so dass das servo sich bewegt oder dass die kanalinformationen übertragen werden also es gibt sozusagen den voll verbundenen zustand wenn hier beides mal dieselbe id eingetragen ist und beide geräte sich in demselben reich befinden voll verbunden und es gibt den gar nicht verbundenen zustand das ist immer dann der fall wenn das eine gerät sich hier befindet in dem königreich und das andere gerät sich hier unten in dem anderen königreich befindet dann ist es gar nicht verbunden es gibt aber auch so den zustand des halb verbunden seins das heißt die beiden geräte empfänger entschuldigung empfänger und sende modul sehen sich sie tauschen aber keine informationen aus und dieser fall tritt ein wenn die model match ids oder die receiver ids unterschiedlich sind dann kriegt man auch eine entsprechende warnung angezeigt und ja man sieht das dann man merkt das natürlich auch dass es dass sich die servos nicht bewegen klar das ist dann dann einfach dieser fall der halb des halb verbunden seins tritt auch dann ein wenn wir beispielsweise hier das model matching ausgeschaltet haben und hier aber das model matching mit einer id eingetragen ist oder umgekehrt das ist das rührt dann auch zu diesem sogenannten halb verbundenen zustand so wie ich das mal bezeichnen würde ok das erstmal grundsätzlich dazu und die der zweite punkt ist dann natürlich wie trage ich bei dem empfänger diese id ein bei dem sender einzutragen ist einfach denn schließlich haben wir das gerät vor uns und es ist anzunehmen und es ist tatsächlich auch so dass wir natürlich hier direkt die id eintragen können aber die andere frage ist natürlich wie trage ich das denn beim empfänger ein da habe ich ja jetzt keine tasten oder kein menü ok das sind die punkte die wir heute betrachten wollen und die vielleicht auch ein bisschen verwirrung produzieren ok also in medias res schalten wir erstmal unser teil hier ein ja wohl sehr schön gut ok also was brauchen wir dazu neben dem empfänger den muss ich jetzt auch mal hier so hinlegen dass man das sehen kann ist ja noch nicht eingeschaltet zunächst einmal ich habe jetzt hier schon mal ein leeres modell mir konfiguriert und da habe ich das externe elrs modul auch eingerichtet also ich habe hier eine radio master die hat ein mpm also ein multiprotokoll modul als internes modul und ich habe hier ein externes elrs modul eingebaut deswegen muss ich hier auf die einstellungen für das externe elrs modul gehen ok wir sehen als die konfirmation von einem externen modul und normalerweise ist das so dass wir dann hier unten die id einstellen können die id ist auch eindeutig das bedeutet dass bei den modellen die wir hier drauf haben auf dem sender dass alle diese modelle eine unterschiedliche id eingetragen haben ok ich habe jetzt nur ein modell deswegen ist es egal was ich hier mache aber sofern das bei unterschiedlichen modellen dieselbe id wäre dann oder wenn die schon vergeben ist dann würden wir das hier angezeigt bekommen in rot das ist eigentlich erstmal nur ein hinweis weil das ist ja erstmal nicht grundsätzlich schlimm dass das so ist weil man ja eventuell mehrere modelle hat die sich in der empfänger konfiguration jetzt sind gar nicht groß unterscheiden und das macht also nichts wenn die dann dieselbe id haben es geht ja nicht darum was wir mit den inputs mit den mischern und so weiter hier veranstalten sondern es geht um die einstellungen auf dem empfänger die damit unterschieden werden denn wer sich das express lrs luas kript oder das menü was daraus resultiert schon mal genauer angeguckt hat der wird feststellen dass man natürlich hier zum beispiel auch so etwas wie telemetrie rate einstellen kann oder auch die sende leistung von dem empfänger also für den rückwärts kanal das sind so dinge die jetzt hier im empfänger gespeichert werden sollten sich die empfänger dahingehend aber nicht großartig unterscheiden oder es keine rolle spielen dann muss man auch nicht unbedingt eine andere id hier wählen weil die modell spezifischen sachen mit mischern outputs inputs schalter das passiert ja eh alles hier in dem modell was ja in htx gespeichert ist gut ok so jetzt schalte ich den empfänger ein das ging jetzt relativ schnell es ist nicht immer so dass die verbindung dann sofort da ist aber wir sehen servo bewegt sich verbindung ist da der empfänger leuchtet grün die anlage hat vibriert und hat damit angezeigt dass die telemetrie da ist verbindung zum empfänger also hergestellt ok wenn das der fall ist dann kann man mal das express ls skript aufrufen dieses hier was ihr unter tools findet oder ihr findet das auch unter der in der sd karte das kann man hier in dem ordner ls ablegen das kann man auch hier starten wenn man will macht man aber meistens nicht sind bei mir tasten drücke sondern man startet das hier drüber gut jetzt sehen wir hier oben hm es24 tx das ist mein sendemodul was hier drin ist also das externe sendemodul hm happy model es 2.4 gut man sieht jetzt auch an dieser zeile das model matching ist aus und dass die einstellungen des modells hier auf dem sender werden hier noch mal in klammern eingegeben bei dem modell wäre die id 0 das ist aber jetzt völlig irrelevant weil wir model matching ja ausgeschaltet haben und wenn wir mal jetzt hier auf andere devices gehen dann bekommen wir die anderen geräte die sagen wir so die anderen geräte mit denen das sendemodul in irgendeiner art und weise kommunizieren kann das ist hier jetzt nur der empfänger falls man einen flight controller hätte würde der auch auftauchen der sitzt hinter dem empfänger kann aber dann über die funkstrecke auch erreicht werden oder ich will es nachher noch mal machen mit meinem cruise controller da ist ein empfänger drauf und der cruise controller hat aber ein eigenes menü da sieht man also den empfänger und den cruise controller hier unter andere devices gut mehr haben wir im moment nicht hier steht nur der er 8 schauen wir uns das an was da jetzt ist da steht model id off also wie vorhin erklärt sowohl beim sendemodul als auch beim empfänger haben wir das mit der das model matching abgeschaltet und deswegen sind die beiden jetzt verbunden weil ich hatte ja gesagt in dem königreich sofern wir kein model matching haben bindet jedes sendemodul erst einmal mit jedem empfänger das ist hier offensichtlich der fall ok jetzt ist die frage wenn wir das andere mit dem model match ausprobieren wollen wie kriegen wir die receiver id oder sagen wir besser einfach nur id auf den empfänger drauf gibt es grundsätzlich zwei möglichkeiten variante ist eins ist wir schalten alles wieder aus schalten den empfänger ein warten darauf dass er in den wifi modus geht und verbinden uns mit dem pc mit dem empfänger da können wir dann eine id vergeben das mache ich jetzt aber nicht ich finde das viel zu umständlich viel einfacher gut die beiden geräte sind ja miteinander verbunden man könnte jetzt also erwarten dass ich jetzt hier ich bin ja in dem ich bin ja immer noch in dem menü des empfängers dass ich jetzt hier die id eintragen könnte kann ich aber nicht das ist hier eine passive zeile das ist praktisch nur eine information dass das dort das model matching abgeschaltet ist gut wir gehen hier raus und machen jetzt mal folgendes wir gehen in modell konfiguration und von unserem externen modul und wir nehmen jetzt einfach mal eine id ich nehme jetzt nicht die null könnte ich auch nehmen weil null ist eine gültige id damit es aber besser besser auffällt nehmen wir einfach mal eine andere ich gehe hier einfach mal auf die was können uns geht gut merken ich nehme die zehn gut das ist eindeutig perfekt wieder hinstellen ich habe die id jetzt hier geändert trotzdem geht es noch das liegt ganz einfach daran dass ich zwar die id eingestellt habe aber das model match grundsätzlich ist noch ausgeschaltet deswegen wird das diese id auch gar nicht berücksichtigt in dem moment gut jetzt kommt so ein kleiner trick der aber ganz nett ist für die bedienung und zwar war ja eben die frage wie kriege ich diese die 10 jetzt hier auf den empfänger drauf das geht eigentlich ganz einfach wir gehen nochmal unter system und starten noch mal das express lrs script und jetzt steht hier das model match immer noch auf off klar aber die id 10 die wir uns eben ausgesucht haben bei dem modell wird hier angezeigt und wenn ich jetzt das model matching einschalte hier kann ich das nämlich bei dem sende modul das ist also hier aktiv dann passiert folgendes das model matching wird sowohl für den sender für das sende modul eingeschaltet als auch dann für das empfang für das empfangs gerät eingeschaltet und die id wird also auch auf den empfänger übertragen also im grunde genommen zwei sachen mit zwei fliegen mit einer klappe wollte ich sagen einschalten das model matching und gleichzeitig konfiguration des empfängers muss man also wissen wenn wir in dem gebundenen zustand sind und wenn ich dann hier etwas ändere dann wird diese id auch gleich auf den empfänger übertragen und das model match wird eingeschaltet rückwärts geht es genauso also wenn das model match eingeschaltet ist und ich will das ausschalten und ich bin in dem gebundenen zustand dann findet das also auch für beide geräte statt das muss man wissen nicht dass man sich das vertut man möchte vielleicht nur für den sender gerade mal das model match ausschalten dann muss man erst vorher den empfänger auch ausschalten sonst findet das da nämlich auch statt ja also im gebundenen zustand bedeutet dies eine konfiguration änderung okay das machen wir jetzt mal wir gehen hier auf und wir sind weiterhin gebunden das funktioniert weiterhin und jetzt gucken wir uns noch mal den empfänger an wir gehen noch mal auf alle devices auf unseren empfänger und siehe da die informationszeile zeigt uns jetzt tatsächlich auch an dass der die id 10 bekommen hat wunderbar okay also jetzt haben wir in der tat den fall hier auf beiden geräten ist die id ist nicht 42 sondern bei uns ist jetzt 10 eingetragen sie kommunizieren sie sehen also die geräte sehen sich ja weil sie in demselben realm sind und sie können auch vollständig miteinander kommunizieren weil sie dieselbe id haben ja funktioniert okay jetzt machen wir aber folgendes jetzt ändern wir diese id einfach mal wir bleiben also in demselben realm aber ändern die id schieben wir den empfänger ein bisschen nach oben dass man das auch sehen kann was da passiert und ich gehe hier einfach mal auf neuen und siehe da der empfänger fängt hier dreimal hektisch an zu blinken entsteht der folge und diese blink sequenz die ist jetzt auch für alle empfänger gleich es kann sein dass die jetzt keine mehrfarbige led haben es kommt darauf das blinken muss da an 1 2 3 das bedeutet wir sind jetzt in diesem halb verbundenen modus also wir sind zwar in demselben realm aber wir haben unterschiedliche ids und das heißt die steuerinformation hier wird nicht mehr übertragen okay ich kann den empfänger ruhig anlassen wenn ich jetzt wieder auf die richtige id zurück wechseln dann leuchtet er wieder und die information wird vollständig übertragen okay wir gehen nochmal nicht verbundenen modus rein wir gehen mal unter telemetrie wir machen hier start sensor suche und siehe da die telemetrie kommt durch weil die sich sehen also die telemetrie oder der übertragungs weg der telemetrie ist natürlich der gleiche wie der übertragungs weg für das menü was wir da vorhin gesehen haben jetzt bin ich falsch sorry sender konversion express ls so und jetzt stellen wir also fest hier dass er uns hier oben diese warnung anzeigt model mismatch ja und wir sehen also hier dass wir die id 9 haben in unserem modell auf dem sender und wenn wir hier reinschauen dort sieht man die id 10 im empfänger eingetragen ja also das ist dieser halb verbundene zustand so wie ich den ganz gerne bezeichnen also die steuerungsinformation wird nicht übertragen es kann nichts schlimmes passieren mit dem modell wir können aber trotzdem die telemetrie benutzen und auch weil das ist derselbe weg also im grunde genommen wird dieses menü über die telemetrie übertragen sehen wir trotzdem die eigenschaften von dem empfänger gott sei dank kriegt man dann hier oben die warnung und man weiß was los ist ok genau jetzt schalte ich den sender einfach mal aus ja perfekt die warnung gut der wechselt jetzt das blinken der hat jetzt dieses regelmäßige langsame blinken und das bedeutet ja er ist nicht verbunden und jetzt nehme ich einfach mehr hier ein anderes gerät das gehört zum selben ralm also bin jetzt hier bei dem empfänger in demselben königreich und jetzt habt ihr vielleicht gerade gemerkt das blinken muster hat sich geändert also die beiden sehen sich schon die sind jetzt füreinander in diesen halb verbundenen zustand und wie man sieht sieht man hier überhaupt gar nichts muss man ein bisschen heller machen so gut und was ich jetzt machen muss ich muss hier jetzt auch die richtige id einstellen das war nummer 10 glaube ich gut gehen wir da mal hin ah der steht hier auf 63 so das ist natürlich äh jetzt misst weil das nicht zirkulär geht jetzt muss ich da ganz runter äh 10 hatten wir glaube ich gesagt oh da hat es schon gebrummelt da war er kurz mal komplett verbunden da jetzt hatte der nicht sehen jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt ah ok ähm ja das ist auch alles korrekt was er hier macht ähm sender wechseln bedeutet ein ausschalten des empfängers sofern man das bei der grund konfiguration des empfängers nicht anders angegeben hat das ist etwas ähm äh was man tatsächlich nur über die wifi verbindung ändern kann und das ist ein feature was dort als lock on first connection äh bezeichnet wird also die erste verbindung also sprich die verbindung zum zum ersten sender die hat er sich gemerkt und verweigert jetzt obwohl wir dieselbe empfänger id haben ähm die verbindung zu diesem anderen sender das können wir aber schnell reparieren indem wir jetzt die stromversorgung einfach mal trennen habe ich jetzt gerade gemacht und stromversorgung wieder geben und siehe da ähm er tut es irgendwie nicht jetzt müssen wir nochmal grad gucken mhm das war doch 10 ach das model matching ist noch aus ok das erklärt natürlich jetzt einiges ähm die id 10 wenn ich das jetzt hier wieder ändern würde würde die 10 die id 10 jetzt hier überschrieben mit der id 10 das wäre jetzt natürlich nicht schlimm demonstriert aber den effekt natürlich nicht deswegen trenne ich nochmal die empfänger stromversorgung und schalte jetzt das model matching ein jetzt ist es an ok und jetzt schalte ich nochmal den empfänger ein so sieht es besser aus jetzt ist also auch tatsächlich verbunden ok also live demo ist immer am besten das mit der empfänger id oder id überhaupt sagen wir besser funktioniert durch wenn das model matching jetzt auch grundsätzlich eingetragen ist ok wir machen nochmal den gegen test ich schalte das hier nochmal aus so kommen wir an die seite ok er blinkt jetzt langsam nicht verbundener zustand ich schalte den jetzt hier ein bei diesem logon first connection bei diesem logon first connection bin ich in der tat nicht sicher ob ich das überhaupt konfiguriert habe in dem empfänger aber das sehen wir jetzt ich kontrolliere das nochmal gerade mit dem model matching nicht was mir der gleiche fehler jetzt hier nochmal passiert nein hier habe ich 9 eingetragen ok gehen wir da nochmal raus 9 ok gut das hat er also jetzt anstandslos genommen deswegen muss ich mich jetzt selber lügen strafen also das mit dem logon first connection das war jetzt nicht so man kann also einfach den sender on the fly wechseln sofern man wie jetzt gerade hier gesehen die richtige modell id dann auch eingibt ok jetzt habe ich viel geredet ich hoffe ich habe nicht mehr verwirrung gestiftet als schon bestand am besten man probiert das auch einfach mal aus viel kaputt machen kann man ja nicht sofern man das so auf dem schreibtisch macht wie ich hier geht ja nicht besonders viel schief gut sollte es weiter fragen gibt scheut euch nicht wie gehabt einfach mich anzuschreiben die fragen zu stellen und wenn es sich lohnt mache ich dann natürlich auch gerne noch ein video dazu ok danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal